Hey, ich bin Lisa und heute wird dein Tag. Fast die Hälfte aller Arbeitnehmer sind unzufrieden mit ihrem Job. So geht es auch meinem Freund. Das Handy hat er von seinem Chef bekommen als Belohnung für seine Arbeit. Er hat es mir gegeben, weil er langsam genug davon hat. Er ist nicht glücklich, hat er gemeint. Nun, ich schon. Mein Ziel ist der Erfolg. Das ist meine Belohnung, denn ich weiß, was ich kann. Und mit einem super Team gelingt mir alles. Ich bestimme, wo es in meinem Leben lang geht. Sogar beim Gehalt. Tu du es doch auch. Nenn uns deine Zahl.